Die korrekte Kündigung eines Beschäftigungsverhältnisses ist an viele Formalitäten und korrekte Abläufe gebunden. Kündigungen von Beschäftigungsverhältnissen können entweder geplant oder ungeplant passieren. Eine geplante Kündigung meint an dieser Stelle, dass die Beschäftigung von Anfang an zeitlich begrenzt war und dies auch im Arbeitsvertrag so festgehalten wurde. Die stellt also eigentlich keine Kündigung im klassischen Sinne dar. Sehen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer keine Möglichkeit, das Beschäftigungsverhältnis fortzusetzen, so haben beide Seiten das Recht zur Kündigung entsprechend der im Arbeitsvertrag festgelegten Kündigungsfristen. Gründer hierfür können zum Beispiel die generelle Arbeitssituation sein, wirtschaftliche Gründe seitens des Arbeitgebers, wiederholte Verstöße gegen den Arbeitsvertrag und vieles mehr. Eine Kündigung muss immer schriftlich und fristgerecht erfolgen. Die Gründe. Ob durch den Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ausgesprochen, sind es dafür erstmal egal. Die Angabe von Kündigungsgründen ist nur dann erforderlich, wenn die Kündigung außerordentlich erfolgt, also zum Beispiel aus arbeitsrechtlichen Gründen, was dann gegebenenfalls auch die Aufhebung der Kündigungsfrist bedeuten kann. Es gibt Personengruppen, die einen besonderen Kündigungsschutz haben, dazu gehören zum Beispiel Schwangere und Mütter bis vier Monate nach der Entbindung, Personen in Elternzeit, Personen in Pflegezeit, Schwerbehinderte, Schwerbehindertenvertreter und weitere. Da hierzulande die gesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht sehr komplex sein können, sollten Sie sich im Kündigungsfall grundsätzlich Hilfe von qualifizierten Beratern holen. Diese Berater finden Sie zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit, bei Arbeitnehmerverbänden und Gewerkschaften sowie unterschiedlichen Hilfsorganisationen und Vereinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017